Transporter mieten in Neunkirchen? Hier bist du richtig! Erfahre in diesem Video, wie du unkompliziert und günstig einen Transporter in Neunkirchen buchen kannst. Herzlich willkommen bei 123 Transporter, deiner digitalen Transporter-Vermietung aus Österreich. Du suchst einen günstigen Transporter zur Miete, zum Beispiel für einen Umzug oder eine Trümpelung? Dann ist unser 123 Transporter genau richtig für dich. Du kannst unsere Transporter um nur 45 Euro für volle 24 Stunden flexibel anmieten. Dabei darfst du unbegrenzt Kilometer mit unseren Transporter fahren und die Autobahn-Vignette ist auch schon dabei. Die Buchung deines Transporters ist denkbar einfach. Wähle auf unserer Website einen Termin, der dir passt und trage deine Daten ein. Dann lade ein Foto von deinem Führerschein hoch und zahle flexibel online mit einer Zahlungsmethode deiner Wahl. Kurz vor Beginn deiner Buchung senden wir dir deinen Zugangscode via SMS auf dein Handy. Mit dem Zugangscode kannst du deinen Transporter ganz einfach und rund um die Uhr mit deinem Handy öffnen. Den Schlüssel deines Transporters findest du im Handschuhfach. Dann kannst du auch schon direkt losfahren. Du bist das Fahren eines sieben Meter langen Transporters nicht gewohnt und es passiert eine optische Beschädigung? Kein Problem, diese sind bei uns immer kostenfrei. Unser Transporter bietet dir auch genügend Platz für die großen Dinge. Sobald du alles erledigt hast, bitten wir dich den Transporter wieder voll zu tanken und auf seinen ursprünglichen Parkplatz oder in dessen unmittelbarer Nähe abzustellen. Dann kannst du den Schlüssel einfach wieder ins Handschuhfach geben, mit deinem Handy den Transporter abschließen und du bist auch schon fertig. So einfach geht Transporter mieten. Unter 123transporter.at kannst du jetzt deinen Miettransporter einfach online buchen und sofort losfahren.